Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Laren und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute gambeln wir mal wieder ein bisschen auf T3. Wir wollen insgesamt 120 Geiselsteine raushauen, heißt 40 T3-Teile kaufen bei unserem kleinen Lieblingsgoblin. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, was wir rauskriegen. Ich bin zum Teil die jetzt am Verkaufen. Ich habe ja in den letzten Folgen mir mein eigenes T3-Set fertig gebastelt mit meinem Druid. Und ja, jetzt bin ich die, da man ja extrem handeln kann, die ein bisschen hin und her am Handeln auf den Server. Habe das eine oder andere auch schon verkauft und dachte mir, komm, ich habe ja noch ein paar Marken über. Und die hauen wir jetzt einmal auf den Kopf. Was ich ganz gern hätte, wäre tatsächlich noch meine Hose und oder ein Handgelenkslot. Und dementsprechend gambeln wir jetzt am besten mal die Hose, weil die EU-technisch aktuell teurer sind als die Handgelenke. Heißt, die Handgelenke könnte ich mir günstiger wo kaufen als die Hose. Und ja, eine habe ich mir schon mal im H gekauft noch für einen halbwegs günstigen Preis von den Handgelenken bzw. die Hose. Und jetzt gambeln wir selber noch ein paar und mal gucken, vielleicht kann ich mir dann das ein oder andere sparen. So, 30 haben wir schon. Das zieht sich hier immer mit TSM ein Ticken. Und dann können wir die ja hoffentlich aufmachen. Add-on sparkt auch nicht rum. Und dann schauen wir mal, was wir rausziehen. Okay, wir haben jetzt hier schon so ein Phylaktrium-Gewerbe gekriegt. Das brauchen wir natürlich nicht mehr. Ich frage mich, ob wir das beim Händler verkaufen können. Geht das da weg? Ne, das will der Händler nicht haben. Rip, okay. Das bringt mir nichts. Naja, vielleicht muss ich das nächste Mal auf dem anderen Schal gambeln, weil hier habe ich ja das Set schon. Dann bringen mir die gar nichts mehr. Okay, da ist auch wieder so eine Hose, die ich nicht brauche. Das brauche ich auch nicht. Auch nicht. Nope. Gucken, ob ich einen Token kriege. Ich hoffe es doch, ne? Weil 40 Teilen können schon sein, ne? Mit ein bisschen Glück. Die haben schon eine relativ lowe Drop-Chance. Also, es wird vermutet, dass so ein bisschen, so ein Prozent vielleicht ein bisschen drüber ist. Uh, was haben wir denn da? Ein Word Drop, das 40k-Wert ist. Tun wir mal die Sachen, die teurer sind, hier runter. Die ich dann eventuell... Uh, schau mal, das ist auch 17k-Wert. Äh, die ich... Was ist das für ein Ding? Todesmine, selten. 100.000 Gold. Na gut. Na gut. Also, ob man das natürlich verkauft kriegt, ist die andere Sache. Aber, ne? Aussehen tut es ja schon mal gut. Gut, dass jetzt 1000 Gold wird. 9k. Na komm. Habe ich noch mehr T-Mog, was ich in Sahar schmeißen kann. 3k. Wenn ihr das hier übrigens auch machen wollt, mit dem Gämbeln. Ähm, ihr müsst da erstmal den NPC hier freischalten. Und das könnt ihr leider nur, wenn ihr die Rätsel von Naxxramas freigeschalten habt. Und die Rätsel von Naxxramas könnt ihr nur freischalten, wenn ihr das alte Sholo freigeschalten habt. Heißt, ihr müsst erst das alte Sholo freischalten. Dann die Rätsel von Naxxramas. Und dann hier den NPC. Also, das ist ein paar Sachen, die ihr quasi dafür braucht. Ähm, zu alledem habe ich ein Video jeweils aufgenommen. Ähm, den packe ich euch unten in die Infobox rein. Und da könnt ihr dann gerne gucken, ne? Und, ja. Das dementsprechend nachspielen. Na, das können wir vielleicht auch noch verticken. Ich hätte das hier auf dem Twink machen sollen, fällt mir gerade auf. Also, es war jetzt nicht so clever, das mit dem Main zu machen. Ähm, weil ich mit dem Twinks dann eventuell die Teile noch verwenden kann, um, weiß ich nicht, dann irgendein anderes T3 noch zu holen. Und, ah, nice, ich habe die Gamaschen rausgekriegt. Sehr schön. Da haben wir, haben wir gut reingelackt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Brauche ich die zumindest schon mal nicht mehr nochmal kaufen. Ah, ja. Also, es ist ja wunderbar gelaufen. Ein T3-Teil und hier nochmal ein paar Sachen, die ganz gut was wert sind. Mindest hypothetisch. Ah, da ist auch nochmal 25k wert. Schauen wir nochmal kurz durch, ob da noch was dabei war. Das sind jetzt alles so Low-Sachen. Die haue ich einfach zum Händler weg. Unter 1000 Gold lohnt sich's gar nicht. Und hier, ja, ist gut, da sagt er 40k. 17, sogar 100k. 8, 25, 8, 3, 9, ja. Ob wir das verkauft kriegen, wie gesagt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber zumindest, ne, eventuell vielleicht in ein paar Monaten oder so. Juti, das war's mit einem kleinen Opening-Video. Das nächste Mal muss man mal gucken. Ich werde bestimmt nochmal ein paar Marken hier farmen, um ein bisschen Gold zu machen. Falls ihr T3 braucht, ich bin euer Mann. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Opening-Video oder in einem Guide-Video. Euer Tillar. Bis dahin. Ciao.